Hallo, wie ihr ja bereits wisst, durfte ich nach Kopenhagen reisen und beim Insulinhersteller Novo Nordisk über die Schulter blicken. Es war eine offizielle Presseveranstaltung mit rund 46 Journalisten aus der ganzen Welt. Am ersten Tag waren wir im Headquarter. Das ist in Kopenhagen und beherbergt die ganzen Verwaltungsräume, Büros und auch einen riesengroßen Vortragsraum. Dort wurde uns eine Menge über das Unternehmen erzählt und davon möchte ich euch nun etwas weitergeben. Vor mehr als 90 Jahren begann die Geschichte von Novo Nordisk mit zwei kleinen dänischen Firmen. Diese schlossen sie später zusammen und tragen seit 1989 den Namen Novo Nordisk. Die Frau des damaligen Begründers hatte selbst Typ 1 Diabetes. Hierzu wurde uns ein tolles Video gezeigt, das ich euch hier noch einmal verlinke. Heute hat Novo Nordisk ca. 42.000 Angestellte in 77 verschiedenen Ländern und vertreibt seine Produkte in 165 Ländern. Damit ist Novo Nordisk mit 50% Anteil an der weltweiten Insulinproduktion der größte Insulinproduzent. Ca. 28 Millionen Menschen nutzen die Produkte von Novo Nordisk heute. Aus der Präsentation habe ich hier zwei Bilder für euch, die den Werdegang von Novo Nordisk sehr gut darstellen. 1969 wurde die erste Insulinfabrik von Novo Nordisk in Dänemark eröffnet. Der nächste große Erfolg gelang ihnen 1982 mit einem Insulin, welches vom Aufbau identisch mit dem menschlichen Insulin ist. Kennt ihr noch diese riesengroßen Glasspritzen, die man auskochen musste? Nein? Oder benutzt ihr im Alltag noch oft die Einwegspritzen? Auch nicht? Dann könnte das vielleicht an Novo Nordisk liegen. Denn 1985 bringen sie mit dem Novo Pen den allerersten Pen auf den Markt. 1999 schafft es Novo ein schnelles Analoginsulin zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Heute kennen wir es bestimmt alle. Novo Rapid. Das seit April diesen Jahres durch ein noch schneller wirkendes Insulin abgelöst wurde. Fiasp. Damit haben wir nur ein Insulin, das der Physiologie des menschlichen Insulins bisher am nächsten kommt. Was mich aber noch mehr beeindruckt hat, waren die ganzen Projekte und die Philosophie von Novo Nordisk. Dazu eine kleine Geschichte. Novo Nordisk forscht und arbeitet daran, Diabetes eines Tages heilen zu können. Ein Wirtschaftsjournalist aus Indien stellte anschließend die Frage, ob Novo sich nicht selbst ruinieren würde, wenn sie Diabetes irgendwann heilen könnten. Als Antwort bekam er zu hören, ja klar, aber das ist uns dann egal, schließlich hätten wir dann Diabetes geheilt. Aber nun zu den Projekten und Organisationen. Changing Diabetes, Diabetes verändern, ist ein großes Programm und umfasst zahlreiche Projekte. So möchte Novo erreichen, dass Diabetes frühzeitig diagnostiziert wird, Insulin für alle zugänglich ist und sie wollen Betroffene besser behandeln. Auch möchten sie über Folgeerkrankungen aufklären, um diese besser verhindern zu können. Außerdem läuft darunter das Programm Cities Changing Diabetes. 65% aller Menschen mit Diabetes leben in Städten. Deswegen hat Novo das Projekt Cities Changing Diabetes in die Welt gerufen. Sie haben Aufklärungskampagnen, zum Beispiel am Weltdiabetes-Tag, arbeiten daran, die Probleme in Städten aufzuzeigen und teilen dieses Wissen. Acht Städte machen bisher mit, darunter zum Beispiel Mexico City, Kopenhagen, Shanghai, Johannesburg, Vancouver und Rom. Changing Diabetes in Pregnancy. Hier werden schwangere Frauen in einkommensschwächeren Ländern auf Diabetes getestet. Es gibt Schulungen und die Frauen werden so gut es geht behandelt. Auch versucht Novo Insulin für alle Menschen zugänglich zu machen. Drei von vier Menschen mit Diabetes leben in armen Ländern. 50 Millionen Menschen haben somit nicht ausreichend oder gar keinen Zugang zu Insulin. Darunter fällt auch Changing Diabetes in Children. In 14 Entwicklungsländern sorgt Novo dafür, dass Kinder mit Typ 1 Diabetes umsonst Insulin bekommen und geschult werden. Sie haben bisher 108 Kliniken mit über 7000 geschulten Medizinern gebaut. Auch Projekte wie das Radsportteam Novo Nordisk, das Camp D in Deutschland und die World Diabetes Foundation wurden von Novo Nordisk gegründet. So viel zu meinem ersten Tag bei Novo Nordisk. Natürlich konnte ich euch nur einen kleinen Einblick von dem geben, was uns dort erzählt wurde. Ich werde euch noch einige Links hier drunter verlinken, für diejenigen, die weiter daran Interesse haben. Damit das Ganze kein super langes Video wird, teile ich das nochmal auf und erzähle euch dann im nächsten Video alles über die Insulinproduktion, die ich mir aus nächster Nähe angucken durfte. Bis bald! Bis bald! Bis bald!